Dieser gebrauchte Ford C-Max steht hier zum Verkauf. Der braune Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 31.000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, Alufelgen, Einparkhilfe, ESP, Klimaanlage und vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 5,1 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 15.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Köpler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester 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 B